Hauszahnarzt, Praxis Schönfeld und Kassem. Zahnärztinnen aus Leidenschaft. Von jung bis alt ist bei uns die ganze Familie in besten Händen. Vertrauensvolle und langfristige Patientenbeziehungen und sorgfältige zahnmedizinische Behandlung zum fairen Preis machen unsere Arbeit aus. Unsere Praxis, barrierefrei, direkt im Erdgeschoss, für Sie erreichbar. Gutes zu tun ist für uns eine Herzensangelegenheit. Das zeigt sich in unserem sozialen Engagement in der Region Walzhut, ebenso wie in der täglichen Arbeit mit unseren Patienten. Zahnarztpraxis Schönfeld und Kassem. Für ein neues Leben strahlend schön.